Herzlich Willkommen zurück hier bei GTA 5, wo wir zuletzt die Promis gestalkt haben. Ja, und jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal zum Michael. Wobei wir sollten eigentlich... Ne, wir feiern erst, denn irgendwann kümmern wir uns dann um die Aktien. Die müssen auch mal wieder hochgehen. Irgendwas kommt ja noch hier mit Life Invader. Hey, 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 das war's. So. Ne, hier müssen wir hoch, oder? Ne, eigentlich sind wir uns zu weit. Ach egal. Was war das denn jetzt? Na, Scheiße. Aber warte mal, wenn wir hier schon mal stehen... Haben wir eine feine Auswahl an Autos? Ähm... Ach komm, so als Stuttgarter? Ist doch klar, was das ist. Oh, holy shit! Yeah! Hallo! Machen fahren wir da natürlich trotzdem rein, ist ja mir egal. Ist ja kein echter. In der virtuellen Welt kann man das mal machen. Heh. Michael Franklin hat ein neues Auto. Kann ich das nicht hier einfach parken, so? Danke. Ja, dann würde ich sagen, mach mal Fett Party! Also. So. My God. Oh, hey, 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 da bist du. Was ist krachig? So, wir alle gut? Hell, ja, wir alle gut, wir haben. Ja, du warst richtig, wir haben. So, hier ist der Schatz. Lester ist offloadin' den Gems. Er weiß ein Mann. Er ist 50 Cent an der Dollar. Oh! Hell, wir haben eigentlich ein bisschen spendin' money left als wir auf den Psychotik-Mexican motherfuckern. Whew! Cheers. So, das ist das, right? Ich hoffe so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file. Was ist wrong mit dir? Davey! Long time no see. Und was über Trevor? Wenn der Fruitcake realizes, No, no, finds out you're alive? You are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothin' to do with it. Whatever the hell it is you're talkin' about. Huh? Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and page rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doin' my job and I say to this guy, Hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Look at this other guy, who runs out of the shop, who pushes me over and says something like that. You forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. I'm pretty scared. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Yeah, so schnell? Wird angezogen, is clear. Trevor, baby. You want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You've been with my girl again? I'm speaking with you asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, babe. But that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you're done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just... I'm messed up. I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Oh, man. Fucking shit! Cunt! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you, then! Oh, man. Oh, ha. The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Hm. Scheiße. Jungen, steig ein. Wo muss man eigentlich hin? Okay. Instinktiv richtig gefahren. Wade. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? Uh... My cousin's there, but... I don't... Find him! Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? Hahaha. We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Scheiße. Eigentlich ist es nie witzig, wenn so Leute zu Sprechstörungen haben. Aber... I'm fucking disrespecting. How would you say and we should kill her? You called her a bitch! Ain't you got... Look out! Ain't you got a mother? Everyone's got mothers, at least one. The bikers are meant to be over by the farm, on the right. Whoa, whoa! Whoa, whoa! Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did. Just ten minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey cowboy! You mind that I fucked your old lady? What was that? Whoa, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient party left is his little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy! Bullshit! Oh, I like it, denial! That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold it. Oh, looks like you got something you wanna say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit! Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Okay. Folgen. Nicht zerstören. Okay. Wir fokussieren den Libra. We can't fuck with the van. But we can drop those bikers. What's the case? Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, they don't want to thank you for the harmless idiots you are! You need compete belts back here, or strapped, or something. I only keep things in the back. I don't mind losing. Oh. Na ja, es geht so Entschuldigung Gut, jetzt haben wir das Problem natürlich auch erledigt Okay, den dürfen wir jetzt nicht zerstören, das soll uns ja dahin führen Wow, das Ding ist aber auch schneller unterwegs Na ja So Unsere Karriere könnte ruhig mal ein bisschen schneller sein Weißt du, wo sie gehen? Ich habe ein Gefühl, ja, aber wir müssen sicher Gegenverkehr Ich glaube, ich weiß nicht, wer es hinweht Ich habe meine eigene Lost MC-Colors aus diesem Brick's lather Woher sind wir hin? Ja Wow So So Was? Okay, hier rein Ähm, haben wir noch was anderes? Nein, nur die Verdammt Was? Richtig, schau mal mal Schaden an Ah Okay Die Frage ist Wo hat er die? Was? Wie? Ich habe mich umgeleitet? Ohhhh! Gut, so geht's auch. Die Frage ist, wo ist denn seine Spezialfähigkeit? Okay. Wrennen wir da g'schön drüben? Oder sind sie jetzt schon weg? Nee. Nein! Gibt's da nicht. Verdammt. Okay, dann. Da war ich jetzt zu spät in der nächsten Deckung drin. Ah, jetzt geh ich schon wieder aus der Deckung raus. Verdammt. Komm, geh. Gut. Erstmal. Mist. Ist hier noch einer? So. Jetzt nicht mehr. Jetzt rennen wir mal vor. Ah, so. So. Der andere. Ja. Hey, Junge. Wie ist ihr doch? Mal an. Okay, der geht hier immer mit der Waffe weg. So. Jetzt rennen wir mal hinter. Ach du Scheiße. Nein, geh rein, geh rein, geh rein. So. So. Komm doch. Komm doch. Ach. Von wo? Von hier. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Dann haben wir doch mal richtig hier drauf. So. So. Ich seh da drüben gar keinen mehr. Okay. Na 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 na. Mist. Versetzt. Komm raus. An avenger fallen Comrade. Kurz nachladen. Irgendwann muss er doch anhalten. Oder so. So. Ich renne mal dahinter. So. Und wo? So. So. Ey, warum wir wirfen da nicht? Jetzt haben wir. Okay. So. So. Wieso denn? Ach, da oben. So. Ich glaub das war's jetzt. Jetzt müssen wir mal vorrennen. So. Wir sind wie immer unbewaffnet. Wir würden doch nichts böses tun. Nein. Ich kann dir nichts böses tun. Ich kann dir nichts böses tun. So. Ich kann dir nichts böses tun. So. 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 Was? Was? Was war das denn jetzt? So. Komm. Komm du Lappensteiger auf. Jum. Will da nicht einsteigen? Aber die Aztekas? Ja. Die Aztekas. Das ist nur ein Name. Ist er illuminiert? Ist er sehr gut? Und ein Wacky? Nicht einer der Lizard-Leute? Ich habe diesen chinesischen Kontakt, den wir am Ende treffen können. Er wird alle die Meth, die wir kuchen können. Unsere Unterricht ist nicht nur über Meth. Es ist auch über Schäden. Die Aztekas kontrollieren die Schäden. So. 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 Geht durch Trevor Phillips Enterprise, oder sie nicht gehen! Sie sagen etwas, dann wird es wahr sein. Du hast gesagt. Die Schock-Kollers werden nicht glücklich sein. Ich mag nicht, wie er mich sieht. Wir waren immer cool. Ich denke, er bekommt das. Ich dachte, du bist verrückt, Mann, nicht verrückt. Du bist sicher, dass du das machen willst? Sie werden dich nachher anschauen. Er schaut mich an. Ich gehe weg, Mann. Aber meine Leute... Ich denke an das. Ich lasse dich immer operieren. Ich musste nicht. Ich mag nicht, wie er mich an schaut. Der Arztekos ist eine internationale Unterricht. Komm, können wir ihn... Ich denke, er bekommt die Message. Gut. Ich wollte denn da jetzt auch nicht ohne Grund einfach über den Haufen schießen. Ich meine, anscheinend ist er ja der Boss von der Gang, ne? Und so Bosse üben ja auf ihre... Auf ihre Gang-Mitglieder immer eine ziemlich große Wirkung aus. Das heißt, wenn dieser Boss dann mit uns kooperieren würde, wäre wahrscheinlich die Gang davon eher überzeugt, als wenn wir den über den Haufen schießen und die dann bedrohen, zum Überlaufen zwingen. Also so könnte es besser laufen. Wärts zumindest meine Strategie. Wenn es nicht funktioniert, erschießen können wir immer noch. So ist das ja nicht. Wenn ich sage, dass ich tot, dann 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 tot. Ich werde nicht auf meine Haufen schießen, auf einem Meer in 10 Jahre lang sagen. Alles gut. Ist das über die Ghost? Michael, tot, dann. Ja, das ist. Oh, du sagst mir über ihn. Ihr altes Rennen, buddy. Und wer ist der andere? Pratt ist der andere. Locked up in eine Federal Penitentrie, als er weiß, dass Michael survived. Oh, Mann. Oh Mann. Ne Marge für sich, der Trevor. Das ist Trevors Unterschlupf. Du kannst Fahrzeuge sparen, indem du sie in der Garage parkst. Du kannst dein Fahrzeug in jeder Werkstatt von Los Anderes Customs modifizieren lassen. Ist ja klar. Spiel sparen, auf dem Bett schlafen. Gut, es ist ja überall das Gleiche, nur das bei ihm ein bisschen anders aussieht. Gehe im Wohnwagen herum, um herauszufinden, was du alles tun kannst. Ja, was eigentlich? Koksen, Bumsen, Saufen. Ah ja, gut. Wie standen, Mr. Phillips? Keine Überlebenden. Naja. Gehört zu meiner Strategie, den Leben zu lassen. Tattoo Studios sind... Tattoo Studios sind nun verfügbar. Was? Gehört. Du weißt, dass ich diese Dinge nicht benutze. Sie hören. Dann mach es schnell. Das Geschäft hat sich aufgebaut. Der chinesische Typ, Mr. Chang, ist am Ende. Du sagst das auf dem Telefon? Was ist falsch mit dir, verdammt Ron? Jetzt werde ich dich entspringen und du wirst wissen, wie ich darüber fühle. Gehört. Auch interessant mit seinem Windows Phone. Naja. Aber, ja, die Folge geht jetzt schon ein bisschen. Ich würde sagen, jetzt haben wir hier Trevor gesehen. Zum ersten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hier. Bei GTA 5. Ciao. Ciao.